Katharina Molitor ist eine deutsche Sperrwerferin und Volleyballspielerin. Ihr größter sportlicher Erfolg ist der Titelgewinn im Sperrwurf bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2015 in Peking. Leben Molitor begann in ihrem Heimatort beim TV Bettburg mit der Leichtathletik. Ihr Jugendtrainer Franz Inten sorgte für eine vielseitige Ausbildung. Im Juni 1997 erzielte Katharina Molitor beim Ballwurf eine Weite von 52 Metern, mit der sie noch heute die Bestenlisten im Kreis Köln bei den Schülerinnen nahe W14 und W15 anführt. Ihre Vielseitigkeit stellte die Rheinländerin auch beim Leichtathletik-Club Jugend 07 Bergheim unter Beweis. So führte sie die Vereinsbestenliste 2000 bei der weiblichen B-Jugend sowohl in sämtlichen Laufdisziplinen an als auch beim Vier- und Siebenkampf. Ihre damaligen Leistungen in den Wurfdisziplinen waren sogar in der Frauenklasse führend. Katharina Molitor wechselte 2003 zu Bayer Leverkusen, wo sie sich unter Helge Zölkau auf den Sperrwurf spezialisierte. 2005 wurde sie bei den U23-Europameisterschaften mit 57,01 Meter Zweite hinter Anikasath. 2007 belegte sie bei der Universiade in Bangkok mit 58,19 Meter den sechsten Platz. Im März 2008 wurde Molitor beim Winterwurf Europa Cup Zweite mit 58,26 Meter. Am 24. Mai 2008 verbesserte sie ihre Bestleistung in Halle auf 61,74 Meter, weil sie im Gegensatz zu Linda Stahl zweimal die Qualifikationsweite für die Olympischen Spiele übertraf. Wurde Molitor als dritte deutsche Speerwerferin neben Christina Obergföll und Steffi Nerius für die Olympischen Spiele 2008 nominiert, obwohl sie bei den deutschen Meisterschaften nur vierte hinter Stahl geworden war. In Peking kam sie auf Platz 8. Am 25. Juni 2010 erzielte Molitor im heimischen Leverkusenner Stadion eine neue persönliche Bestleistung von 64,53 Meter. Damit übertraf sie die geforderte Europameisterschaftsnorm von 61,00 Metern deutlich und reihte sich auf Platz 5 der Europäischen Jahresbestenliste direkt hinter Christina Obergföll ein. Bei den deutschen Meisterschaften am 18. Juli 2010 in Braunschweig konnte sich die Speerwerferin erfolgreich mit 64,27 Meter als neue deutsche Meisterin gegen Christina Obergföll und Linda Stahl durchsetzen. Dieser Erfolg bedeutete zugleich die Teilnahme an den Europameisterschaften 2010 in Barcelona, bei denen sie mit 63,81 Meter Platz 4 belegte. Bei den Weltmeisterschaften 2011 in Degu wurde Molitor mit 64,32 Meter fünfte. Drei Wochen zuvor hatte sie in Kassel eine neue persönliche Bestleistung von 64,67 Meter erzielt. Bei den Europameisterschaften 2012 wurde sie mit einer Weite von 60,99 Meter ebenfalls fünfte. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London erreichte Molitor 62,89 Meter und errang damit den sechsten Platz. Bei den Weltmeisterschaften 2013 belegte sie in der Qualifikation den 13. Platz. Im Juli 2015 steigerte sie ihre Bestleistung bei Meeting in Luzern auf 66,40 Meter. Am 30. August 2015 warf Molitor bei den Weltmeisterschaften in Peking im letzten Wurfe des gesamten Wettbewerbs eine Weite von 67,69 Meter und gewann damit ihren ersten internationalen Titel. Katharina Molitor hat bei einer Körpergröße von 1,83 Meter ein Wettkampfgewicht von 79 Kilogramm. Als 13-Jährige begann Katharina Molitor beim TV-Bettbock-Volleyball zu spielen. Ein Jahr später wechselte sie bereits zum Oberaus im AVV. 2006 wechselte die damalige Sport- und Sozialwissenschaftsstudentin auch im Volleyball zum TSV Bayer 04 Leverkusen in die zweite Damenmannschaft. Mit der sie 2008 den Aufstieg in die zweite Volleyball-Bundesliga-Nord schaffte. Anfang des Jahres 2009 wurde die Universalspielerin sogar in der ersten Mannschaft der Leverkuserinnen in der ersten Bundesliga als Mittelblockerin eingesetzt. Da sich Bayer 04 wegen finanzieller Engpässe anschließend aus der höchsten deutschen Spielklasse zurückzog. Spielte Katharina Molitor in der Saison 2010-11 wieder in der zweiten Bundesliga, soweit es leicht Athletik-Wettkämpfe und Training zu ließen. 2011 gelang ihr der Wiederaufstieg in die erste Bundesliga. Molitor studierte Sport, Mathematik und Sozialwissenschaften auf Lehramt am Gymnasien und Berufskollegs an der Bergischen Universität Wuppertal. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.